Oh, crazy. Wer bin ich eigentlich? Wer ist Ruth? Was bin ich denn? Am Ende kann man es gleich bottom line auf Erinnerungen. Ich bin eine Sammlung aus Erinnerungen, oder? Wenn du dich an nichts mehr erinnern kannst, dann bist du ja nicht mehr du. Man kann ja gar nicht mehr sagen, ich bin Perser oder Iraner. Also mindestens bin ich auch Deutscher. Yo, yo, hallo. Yo, was geht ab, Bruce? Was geht ab, wie geht's? Alles gut. Ja. Ich habe eine kleine Frage, und zwar geht es darum, wie du das siehst. Du hast ja Wurzeln, iranische Wurzeln, Perser. Oder? Ja. Bist du hier geboren? Nein. Du bist nicht hier geboren? Nein. Okay. Ist Simon hier geboren? Boah. Also, angeblich ja. Angeblich ja, okay. Ich weiß ja nicht. Also, die sagen es mir nicht. Okay. Auf jeden Fall. Das, was mich täglich so begleitet auch, und so immer die Frage, so ist, glaube ich, typisch auch. Was ist man richtig, wenn man hier geboren ist, ist aber so, die Eltern haben andere Wurzeln. Ist man jetzt eigentlich so gesehen Deutscher, oder ist man es nicht? Weil eigentlich so man, die meisten reden ja auch Deutsch viel besser, als die Muttersprache dann. Man macht mehr deutsche Sachen in dem Sinne, aber ich habe dann so viele Freunde, die sagen, was redest du? Ich bin doch kein Deutscher und so. Wie siehst du das eigentlich? Ja. Interessante Frage auf jeden Fall. Ist auch nicht so einfach zu beantworten. Die Frage der Identität ist ja eine, die so tiefsinnig ist wie auch der Sinn des Lebens irgendwo. Also, es ist sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten. Und ich kann nur sagen, es ist, es ist irgendwo auch, also ich denke nicht, dass es unbedingt was damit zu tun hat, wo man geboren ist, sondern, also er damit zu tun hat, also ich würde zum Beispiel sagen, guck mal, ich bin im Iran geboren, ich bin da auch zur Schule gegangen, dann sind wir geflohen nach Deutschland, weil da Krieg war, aber ich wohne ja den allermeisten Teil meines Lebens, habe ich im Ruhrgebiet verbracht. Und ich glaube, ich bin schon sehr typisch Ruhrgebietler. So, du hörst es an meiner Sprache, du siehst an gewissen Sachen, die ich sage, gewisse Redewendungen, gewisse Sprüche und so, man merkt, wo ich herkomme. Ich glaube, wo man herkommt, also diese Lokalität, die beeinflusst einen sehr, die, ich glaube, das erzieht einen mit. Also, das ist, also ich, man kann ja gar nicht mehr sagen, ich bin Perser oder Iraner. Also mindestens bin ich auch Deutscher. Ich werde beides sein irgendwo. Bei mir ist, weil ich im Iran geboren bin, auch im Iran zur Schule gegangen bin und die erste Sprache, die ich je gelernt habe, war Persisch. Ich habe das auch geschrieben und also bin erste, glaube ich, zweite Klasse so auch noch, ich kann das nicht so genau sagen, müsste ich meine Mutter fragen, wie das war, aber ich schätze das tief im Gehirn irgendwo auch manchmal, wenn ich einen iranischen Witz höre oder meine Eltern auf Persisch höre, ist das für mich immer noch irgendwo emotionaler als das Deutsche. Das mag sein, dass es, ich weiß nicht, mag sein, dass es so das Ding ist, weil man da geboren ist und weil das die erste Sprache war, aber ich kann, ich finde das ein bisschen zu dünn, zu sagen, nur weil man irgendwo geboren ist, man ist 100% jetzt, man ist so, keine Ahnung, Türke, Iraner, wo man aufgewachsen ist. Es ist, eine Sache ist aufgewachsen, aber ich meine, klar, aufwachsen, es ist die, es ist die, wie man aufwächst, zum Beispiel, du kannst natürlich, du kannst natürlich in Berlin aufwachsen, aber wenn du nur mit Leuten zu tun hast, die aus, zum Beispiel, wenn ich jetzt Iraner bin, ich wachse in Berlin auf nur mit Iraner, dann wird es natürlich auch nochmal was anderes. Oder es gibt ja auch Leute, die hängen zum Beispiel ab mit anderen Leuten, zum Beispiel, was weiß ich, du hast einen Türken in Berlin, der hängt jetzt, es ist nur theoretisch, der hängt ab mit drei, vier, fünf Freunden, die sind alle Albaner und der hängt wirklich viel mit denen ab, sind seine besten Freunde, die Stars. Und nach Jahren hat er voll den Brauch von denen drauf, die Kultur versteht, er versteht so, die Stars. Jetzt ist immer die Frage so, was ist man? Was ist der Mensch? Ich kann nur sagen, der Mensch ist irgendwo eine Ansammlung aus Erfahrung, aus Kultur, aus Erziehung, Eltern, Sprachen spielen eine große Rolle. Ich würde immer sagen, es sind viele Faktoren, dass einfach nur auf dieses, wo kommen meine Eltern her und dann diese Blutsfilme, das finde ich ein bisschen zu dünn. Das ist ein bisschen zu dünn, ehrlich gesagt. Was ich schon, was ich finde, so, dass man es auf ein ganzes Land beschränkt, ist schon zu groß, finde ich, weil teilweise so einzelne Bezirke zeigen schon an deinem Verhalten, aus welchem Bezirk du bist und sowas. Ja, total, jemand aus Bayern ist so krass anders als jemand hier aus Friedrichshain, aus Berlin, Prenzlauer Berg, da wird wahrscheinlich das, das ist ja auch ein bisschen schwach, ne, weil ich meine, klar, auf Passebene, irgendwann, ihr dürft nicht vergessen, so Pass und Ländergrenzen, das ist vom Menschen gemacht, das ist politisch, das ist nichts mit, nichts zu tun, das ist Leute, die versuchen, irgendwelche Ländergrenzen bis aufs Tod zu verteidigen, das ist das größte Schwachsinn, den ich je gesehen habe, aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das ist, ich will nur sagen, es gibt ja auch Sachen, wie zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die identifizieren sich so krass mit einem, mit einer Kultur, ne, ich meine, alleine durch Hip-Hop, alleine durch Hip-Hop bekommen wir, ob wir wollen oder nicht, sehr, sehr viel amerikanische Kultur mit, das heißt, alle, alle Kenneks, die auf, äh, was weiß ich, Hals schieben, auf amerikanische Politik, auf Amerikaner, weil die denken, ja, da wo wir herkommen, da wurde gebombt durch die und so, das ist natürlich klar, das verstehe ich natürlich, wo das herkommt, ich komme selber aus Iran, klar, aber man darf mal nicht vergessen, die Kultur, mit der wir aufwachsen, äh, ist zu sehr großem Teil, ist ja amerikanisch, also alle Filme, alle Comics, alles, ähm, alle Pop, die ganze Popkultur, Hip-Hop, ist amerikanisch, also das heißt, wir wachsen auf mit, ich verstehe es sowieso, bitte? Politik und Kultur, nochmal bitte, dass es zwei Paar Stiefel sind, Politik und Kultur, man kann ja die Politik, ne, das kann man nicht so, so sehr kann man das nicht auseinander trennen, ich weiß, was du sagen willst, aber das kannst du nicht so krass trennen, weil die Politiker, die kämpfen natürlich sehr viel mit, äh, mit dem kulturellen, äh, also, mit Inhalten, die spielen damit, und die benutzen das, äh, ne, klar, sehr interessante Frage, ähm, gerade im Chat gewesen, ob ich auf Iranisch oder auf Deutsch träume, das finde ich so, das kann ich auch, denke, würde ich, wollte ich fragen, genau, ich muss sagen, es ist sehr interessant, bei mir ist das so, ich, ähm, die meiste Zeit denke ich auf Deutsch und träume auch auf Deutsch, aber, wenn ich in Gedanken ein Gespräch durchgehe, mit meiner Mutter, oder mit meinem Vater, dann ist da viel mehr Persönlichkeit, persischer Anteil drin, äh, und, oder mit Verwandten, äh, die ein bisschen älter sind, habe ich immer so persische Wörter im Kopf, ähm, aber, es ist schwer, also, ich würde schon sagen, Deutsch ist, äh, mein Main-Sprache, so, das kann man schon sagen, aber ich muss auch sagen, ich habe mal darüber nachgedacht, vielleicht deine Frage, um deine Frage nochmal, also, zu erweitern, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Amerika ziehen würde, nach, wenn ich jetzt sage, ich wohne jetzt, äh, fünf, sechs Jahre in New York, ne, und dann treffe ich, äh, jemanden, der sagt, wo kommst du eigentlich her, oder, was sind deine Roots, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß es nicht, ich, aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich sagen, ich komme aus Deutschland, weil ich habe, wie gesagt, die allermeiste Teil meines Lebens, zu 90%, wahrscheinlich hier verbracht, und ich bin deutsch sozialisiert, in vielen Dingen, also in den meisten Dingen, denken wir doch deutsch, können mir, können mir viele, kennen ich es nicht, also, mag sein, dass irgendjemand so sagt, ja, keine Ahnung, ich heirate auf Türkisch, oder ich heirate so, weil ein bisschen Kultur, so, bla, aber in vielerlei Hinten, das kommt viel von Eltern, ja, genau, kommt auch von Eltern, vielleicht ist man auch romantisch, und möchte das auch so machen, ist auch voll in Ordnung, aber, ehrlich gesagt, unser meistes Denken ist doch deutsch, also deutsch sozialisiert sind wir doch, ich habe, also meine Eltern sind Libanesen, ich habe Libanesische Wurzeln, und bin hier geboren und so, ja, ich meine, ich denke mir so oft, aber so, in meinem Alltag, was mache ich Libanesisch, und was mache ich deutsch, und dann fällt 90% einfach deutsch, deswegen können keiner von uns, keiner von uns kann so gut, wieder zurückgehen, wo seine Eltern herkommen, und da leben, das würdest du gar nicht aushalten, weil, ich könnte im Iran gar nicht leben, also, die Situation mit zum Beispiel, nimm, nimm bei uns hier, Bus, Bahn, ist immer pünktlich, so zu großem Teil, geh mal nach Iran, und guck so, ich meine so, die Sachen so, ja, eine Stunde später, ja mein Gott, normal, wir würden durchdrehen wahrscheinlich, Autofahren, oder Autofahren, hupen, alleine hupen, Autofahren, schreien, hupen, nein, das sind jetzt die, das sind die Spaßargumente, aber, aber du hast natürlich völlig recht, du hast es genau richtig gesagt, was in deinem Alltag ist libanesisch, oder was in deinem Alltag ist türkisch, unsere Leute hier mit türkischen Wurzeln können sich das ja auch mal selber fragen, oder was ist was, dann siehst du das eigentlich, ich meine, klar, alles ist in Bewegung, nichts ist in Stein gemeistert, vielleicht ziehen wir morgen alle nach, keine Ahnung, irgendwo hin, und identifizieren uns, oder, oder, ich würde immer sagen, Kultur ist das, was uns ausmacht, und vor allem ist, also Kultur ist ja auch eine Ansammlung an Erinnerungen, und Erinnerung ist ja unser Leben, schau mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, und vielleicht jetzt, ein gutes Beispiel, was ist das Sinn des Lebens, wer sind wir, wohin gehen wir, guck mal, kennt ihr, oder kennst du Rudi Assauer, sagt dir das was? Nein. Guck mal, an alle Leute, die nicht wissen, Rudi Assauer, Legende aus dem Ruhrgebiet, Schalke Manager, Fußball, Schalke, Manager, der Typ mit der Zigarre, legendäre Figur, Typ, der immer, ja so, eine Figur einfach, ein Charakter, weißt du, eine Marke, so, weißt du, so, das Beispiel ist, weil ich habe eine Doku über ihn gesehen, die letzten Jahre seines Lebens, hat er, hat er, ich glaube, Demenz bekommen, und hat immer Stück für Stück weiter, sein Erinnerungsvermögen verloren, und nach einer Zeit im Prinzip seine Identität, sein Ich verloren, er war nur, er hat nur noch gelebt, so weißt du, geatmet quasi so, und als ich diese Doku gesehen habe, da ging es auch viel um, wer seine Erbschaft bekommt und so, das ist ein interessantes Thema, aber darum geht es mir jetzt nicht, mir geht es darum, ich habe darüber nachgedacht, oh crazy, wer, wer bin ich eigentlich, wer ist, was, wer ist Ruth, was bin ich denn, irgendwo ist man so eine Mix aus, wie man aufwächst, was man denkt, Faktoren wie, also, am Ende kann man es gleich bottom line auf Erinnerungen, ich bin eine Sammelsur aus Erinnerungen, oder, so, wenn das wegfällt, wenn du dich an nichts mehr erinnern kannst, dann bist du ja nicht mehr du, also du, was bleibt dann noch, und wenn man das jetzt zurückbringt auf die Frage, Identität, oder viele leben hier und sagen, ich bin doch kein Deutscher und so, ja, das ist alles, also auf das, also das ist halt viel albern, also viel auch albern einfach nur, also, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, finde ich auch, P.A.'s Interview, das eine, ich war es bei TV Straßensound, wo es auch viel darum ging, was er ist, weil das er immer gefragt wird, hat er eigentlich gut erklärt dort, ja, verstehe, um das Ganze abzurunden, würde ich am meisten, also am ehesten dann sagen, ich bin aus Stuttgart, ich bin Stuttgarter, weil das tut mich am meisten definieren. Ja, höre ich auch raus, dass du aus der Gegend bist, an deiner Sprache, und ich finde, das hast du ganz gut gesagt, ich glaube, ich sage auch immer, ich bin Essener, ich bin Ruhrpott, das kann man glaube ich am meisten so bringen, weil, man, klar, ich bin Deutscher, so, ey, vergiss mal Pass und so, aber ich habe so, ich meine, ich bin zu Deutschland zur Schule gegangen, ich bin deutsch sozialisiert, das heißt, ich kenne die deutsche Geschichte gut, ich kenne alles von, äh, von, äh, ne, von Machtergreifung 33 bis 45, man weiß es halt, man hat jetzt zur Schule gegangen, wenn du in Amerika zur Schule gegangen wärst, ey, wüsstest du das nicht, da wüsstest du andere Sachen, da wüsstest du morgens aufwachen mit, äh, oh, say, can you see, haben wir halt nicht, wir haben hier in Deutschland eher gelernt, ja, es ist verpönt, Nationalstolz ist verpönt, Flagge ist verpönt, so, wir wachsen eher so auf hier, weißt du, was ich meine, äh, alles, wir sind eher kritischer, in deutscher Presse würde ich fast behaupten, eher links, wir sind eher so, wir sind, ja, man ist, wegen der Vergangenheit auch, klar, und diese ganze Vergangenheit, die dieses Land hat, damit sind wir natürlich auch irgendwo konfrontiert, und wir passen uns an, wir gehören hier dazu, wir machen hier mit, wir mampfen hier mit, wir, äh, so, aber klar, also, ich bin so lange, ich, klar, kann sein, dass ich in diesem Leben nochmal einen größeren Umzug mache, aber wenn wir ehrlich sind, ne, ich hab das, also vielleicht noch einen Satz, sorry Leute, ich will das nicht zu lang ziehen, aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auswandere nach Amerika, ne, ändert sich auch nicht so viel, es ist der Westenmann, das ist für ihr fast alles, sehr, sehr, es ist nicht der Sprung, den meine Eltern gemacht haben, oder deine, deine Eltern aus dem Libanon, die haben ähnlich wie meine Eltern, einen Sprung gemacht, das ist sechs, sechs Levels ist das, was ich machen würde, jetzt nach Spanien ziehen, nach Amerika ziehen, nach, das ist nicht mal ein Level ist das, wir kennen doch eher alles, wir sind auch, wir kennen aus den Medien alles, die wussten damals gar nicht, was abgeht, die schauen jetzt einfach, wir sind hier und müssen jetzt dann klarkommen, allein die, die Richtung der Schrift ist dieselbe, die meisten Menschen denken, kulturell dasselbe, äh, weißt du was ich meine, das ist ja in unseren Ländern ja kompletter Film, anders, alles ist anders, und am Ende, ohne Heimat wiederum, aber ohne Heimat geht's auch wieder nicht, ich glaube, das ist, der Mensch braucht Wurzeln, ja, es gibt ja immer diese schönen Sprüche, dieses, Heimat ist da, wo man sich wohl fühlt, oder Heimat ist, da wo Mama ist und so, klar, aber die Sache ist ja so, man weiß ja auch, aus Forschung und so weiter, man weiß ja, dass zum Beispiel Urlaub ist Stress, alles was neu ist, ist Stress, neue, wo ist, mein Lieblingskiosk, mein Rewe, wo ist der Dude, den ich immer kenne, an der Ecke, ich nehme immer diese Bahn, den kann ich nicht vertrauen, ja, genau, diese, ganz genau auch, diese Leute kann ich, ich kenne den von, genau, aber es ist natürlich, ne, Wurzel ist wichtig, ne, das ist das ja, deswegen ist es ja immer so schlimm, ich meine, ich hab's erlebt, aber da war ich sehr kleiner, für meine Eltern war es natürlich wesentlich schlimmer, zu, entwurzelt zu sein, so, ne, die mussten von einem Land, Sprache, Religion, Aussehen, Look, Straße, Lieblingsschule, Moschee, was weiß ich, was sie alles hatten, Freunde, besonders Freunde und Familie, alles zurücklassen, meine Mutter hat den Tod ihrer Eltern nie mitbekommen, also die sind, äh, nacheinander, nach einer Zeit dann natürlich irgendwann verstorben und hat sie immer nur dann per Telefon mitbekommen, in so Zeiten, wo sie nicht zurück konnte, das ist natürlich, das ist schrecklich, das will keiner, das wünsche ich niemandem, aber das ist natürlich eine Seite von der ganzen Flüchtlings-Story, sag ich mal, die Leute natürlich nicht sehen, Leute sehen nur, ey, die haben Handys, Flüchtlinge über die Handys, die kommen hier über die Handys, wir hatten keine Handys, aber gut, also ich weiß, wir sind ein bisschen abgedriftet bei der Frage, sorry man, aber gute Frage man, sehr gute Frage. Habt mich sehr gefreut, Danke man. Du bist gute Arbeit, da folgst dich schon lange. Dankeschön. Vielen Dank, mein Lieber, wo kommst du, wo kommst du ja, Stuttgart, ne? Stuttgart. Stuttgart, ja. Stuttgart. mit Mampfen. Ja gut, Alter. Dann sehen wir es. Danke euch. Bis bald. Ciao. Ciao. Sag viele Grüße. Ja, tschü tschü tschü. Tschüss tschü. Tschüss.